Listen to your art. Mit diesem Claim wird die Cinnabalux vermarktet. Eine Soundbar mit integriertem Subwoofer, die besonders elegant und schlank daherkommt. Egal ob an der Wand, unter dem Fernseher oder auf dem Sideboard, die Cinnabalux macht nicht nur optisch, sondern auch dank ihres knackigen Sounds eine sehr gute Figur. Aber wie geht das? Vier passive Bassmembranen sorgen für ein Bassfundament, ohne dabei zu übertreiben. Dazu zwölf High-Performance-Töner und neun Endstufen, die in Räumen bis zu 25 Quadratmeter für einen äußerst hohen Pegel sorgen werden. Wer alles kabellos befeuern möchte, kann auf Bluetooth, Raumfeld oder Spotify zugreifen. Dank HDMI ARC ist aber auch die komfortable Einkabe-Lösung möglich. HDMI 2.0, HDCP 2.2, 4K-Support, Line-In, optischer Digitaleingang, Klanganpassungen und ein Nachtmodus sind ebenfalls mit an Bord. Dynamore Ultra und die Dynamore 3D-Technologie sorgen für virtuellen Surround-Sound. Und das fühlt sich dann so an, als ob der Sound direkt von der Decke kommt. Die Teufel Cinnabalux kann aber noch mehr, denn unsere Teufel-Effekt Rear-Speaker für echten Surround-Sound sind mit der Cinnabalux kompatibel. Wenn dich die neue Teufel Cinnabalux interessiert, schau doch gerne mal auf unserem Webshop vorbei oder besuch uns in unseren Flagship-Stores. Checke dafür unseren Storefinder auf teufel.de. slash shops aus.